Für einen gelungenen Grillabend braucht es nicht nur hochwertiges Grillgut. Genauso wichtig ist gutes Material, wie zum Beispiel der Bio-Lamellenrost von Hybi. Seine Besonderheit ist die einzigartige Rillenstruktur. Sie fängt Fett und Fleischsaft auf und sammelt es im Fettablauf. Nach dem Grillen entnehmen Sie die Lamellen einfach aus dem Rost. So lassen Sie sich sehr leicht reinigen, sogar in der Spülmaschine. Fisch, Fleisch und Gemüse erhalten auf dem Lamellenrost einen unnachahmlichen Geschmack. Für mehr Genuss vom Grill. Der Bio-Grillrost mit Lamellen von Hybi.